Herzlich Willkommen in der FEG Ludwigsburg. Wir wollen Kirche für unsere Stadt sein. Gott bewegt unser Leben und wir sind uns sicher, dass er auch dein Leben bewegt. Du bist neu hier? Dann schau gerne vorbei. Wir freuen uns auf dich. Wir laden dich ein, tiefer mit einzutaufen und herauszufinden, was Jesus für uns hat. Wir glauben, er möchte uns inspirieren. Er möchte unser Leben aufblieben lassen. Und da sind wir als Gemeinde gemeinsam auf dem Weg und du bist herzlich eingeladen.